Weiter so, aber anders. Am Tag nach der Wahl von Ralf Brinkhaus zum Unionsfraktionschef bemüht sich die CDU-CSU um Normalität. Weiter so, aber noch nicht ganz zusammen. Der Jahresbericht zur Deutschen Einheit zeigt auch Defizite. So nicht weiter. Donald Trump fordert Vorgehen des UN-Sicherheitsrates gegen den Iran. Das sind unsere Themen um 23 Uhr in Phoenix.